Wir hatten uns beschäftigt mit den Wärmeverlusten. Das heißt, wir sind jetzt hier auch schon wieder ein Stückchen weitergekommen, haben uns die Wärmeverluste des tatsächlichen und des Referenzgebäudes angesehen und berechnet für den Monat April. Und jetzt wenden wir uns den Wärmegewinnen zu. Da gibt es zwei verschiedene Wärmegewinne, die wir berücksichtigen werden. Das sind einmal die solaren Gewinne in diesem nächsten Schritt und danach werden wir uns die sogenannten internen Wärmegewinne anschauen. Wovon hängen die solaren Wärmegewinne ab? Natürlich von der Größe der Fenster. Das heißt völlig klar, dass wir die Fensterfläche brauchen. Und jetzt hängt das natürlich auch davon ab, in welche Himmelsrichtung ist dieses Fenster orientiert. Süden kommt sicherlich mehr Wärmestrahlung rein als Norden. Insofern brauchen wir nicht nur die Fensterfläche insgesamt, sondern wir brauchen die Fensterfläche je Himmelsrichtung und auch je Neigung des Fensters. Ein schräges Fenster, was immer senkrecht zur Sonne ausgerichtet wäre, lässt ja auch wieder mehr Wärmeenergie rein als ein senkrechtes oder horizontales Fenster. Insofern brauchen wir Fensterflächen, die je Himmelsrichtung und je Neigung des Fensters orientiert sind. Dann brauchen wir auch natürlich Angaben darüber, wie viel Sonnenenergie denn vorhanden ist im jeweiligen Monat mit der jeweiligen Himmelsrichtung und so weiter. Das heißt, wir suchen uns dann gleich raus sogenannte mittlere monatliche Strahlungsintensitäten. Was spielt noch eine Rolle? Es spielt eine Rolle, wie gut die Fensterscheibe die Sonnenstrahlung durchlässt. Und das ist ein Faktor, den Sie schon kennengelernt haben im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes. Da hatten Sie nämlich auch schon mit diesem sogenannten G-Wert gerechnet, der Verglasung. Das waren Angaben des Herstellers. Und diesen G-Wert und genau denselben G-Wert brauchen wir jetzt hier auch wieder. Das heißt, da müssen Sie darauf achten, dass Sie jetzt keinen anderen G-Wert nehmen als im Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes. Wenn Sie dort mit einem Sonnenschutzglas rechnen mussten, weil sonst der Nachweis nicht funktioniert hat, dann müssen Sie hier genau das gleiche Glas natürlich rechnen. Was sagt das Referenzgebäude? Gucken wir uns das kurz an. Da finden wir auch die Fenster an der Stelle. Da finden wir die Referenz-U-Werte für die Fenster. Und wir finden auch den Gesamtenergie-Durchlassgrad der Verglasung. Und der liegt im Referenzgebäude bei 0,6. So, und das ist jetzt einfach nur eine Multiplikation dieser Faktoren. Also den Gesamtenergie-Durchlassgrad multipliziere ich mit der Fensterfläche und der Strahlungsintensität. Jetzt gibt es da aber noch einen weiteren Faktor. Das sind pauschale Abminderungsfaktoren für zum Beispiel Verschmutzungsgrad der Fensterscheiben. Oder anderer Wert ist für den Verglasungsanteil letzten Endes auch einen pauschalen Ansatz. Und diese pauschalen Abminderungsfaktoren, die kann man zusammenfassen und durchmultiplizieren zu 0,567. Das ist also eine Konstante, mit der man hier dann letzten Endes rechnet. Und jetzt kann ich das jeweils pro Himmelsrichtung natürlich tun. Und wenn ich das aufsummiere, dann erhalte ich den gesamten Wärmegewinn der Verglasung. Den konstanten Anteil wiederum multipliziert dann wieder mit Anzahl der Tage, erhalte ich dann den gesamten Wärmegewinn. Das sehen wir dann hier unten, QS, also wieder Wärmemenge, solare Wärmegewinn. Eines Monats ist dann die Formel, die da unten steht. Und das werden wir jetzt tun für zunächst mal das geplante und das Referenzgebäude, mein Mustergebäude, wiederum für den Monat April. Auch das bietet sich natürlich in Tabellenform an. Das heißt, in meinem Fall, in meinem Gebäude, habe ich Dachflächenfenster. Das sind die Zeilen 1 und 2. Es gibt eine Nordseite und eine Südseite der Dachflächenfenster. Und die hat jeweils eine Neigung von 40 Grad, bezogen auf die horizontale. Und zum Beispiel die Nordseite hat eine Fensterfläche von 1,92 Quadratmetern. Und ich habe die übrigen Fenster, die sind natürlich senkrecht. Das heißt, ich habe eine Neigung zu Horizontalen von 90 Grad. Und da gucken wir uns beispielhaft die Südseite mal an mit 14,59 Quadratmetern. So, was muss ich als nächstes machen? Ich muss die solaren Strahlungsintensitäten ablesen aus dem Klimadatensatz. Einmal natürlich für 40 Grad Neigung und Monat April. Und einmal für 90 Grad und Monat April. Und muss die dann hier eintragen. Also wir gehen jetzt mal hoch zum entsprechenden Klimadatensatz. Wir schauen uns das Ganze an für den Monat April. Und haben jetzt im Fall des Dachflächenfensters die Nordseite uns rausgesucht. Und da sehen wir, wir haben Dachneigungen jetzt nicht in jeder x-beliebigen Neigung, sondern 30 Grad, 45 Grad, 60 und 90 Grad. Das heißt, da müssen wir uns dann mal entscheiden, was wir da nehmen zwischen diesen beiden Werten. Und da gilt es auch wieder, wir nehmen den Wert auf der sicheren Seite, also den etwas kleineren Wert. Wenn Sie später mit der Software rechnen, dann interpoliert natürlich die Software für Sie. Da können Sie jede x-beliebige Dachneigung dann auch verwenden. In dem Handrechenverfahren geht es mir jetzt darum, dass ich auch vergleichen kann zum Beispiel. Also 90 Watt pro Quadratmeter Dachfläche ist die solare Strahlungsintensität, die mittlere im Monat April. Und für die Südseite habe ich natürlich senkrechte Fenster und eine Strahlungsintensität von 147 Watt pro Quadratmeter. Gehe ich wieder runter, übertrage die Werte entsprechend. Also Strahlungsintensität Nordseite sind 90 Watt und Südseite 147 Watt. Wiederum unter Berücksichtigung der Fensterflächenneigung. Verschattungsfaktor ist auch gleich für das geplante und das Referenzgebäude und jetzt unterscheidet sich. Jetzt habe ich einmal das geplante Gebäude mit einem Energiedurchlassgrad von 0,60 für meine Dachflächenfenster, gemäß meinem Herstellerblatt. Und für die normalen Verglasungen hatte ich mich entschieden für eine normale Wärmeschutzverglasung von 0,55. Wenn ich das jetzt multipliziere, also die 1,92 mal 90 mal 0,6, erhalte ich 58,8. Und für das Referenzgebäude pauschal auch wieder die 0,6, und zwar für Dachflächenfenster und die normalen. Das heißt, da habe ich natürlich den gleichen Wert. Jetzt gucken wir uns das Südfenster an. Mit einem anderen G-Wert komme ich auf 668,8. Und für das geplante Gebäude etwas mehr, 729,6 Watt solarer Wärmestrom. Wenn ich das dann mache für alle Fensterflächen, die ich habe, für den Monat April, dann kann ich die Summe berechnen aus diesen jeweiligen Spalten, die Spalte 8 und die Spalte 10. Und ich habe im Monat April eine Summe von 1787,5 Watt. Und für das Referenzgebäude 1919,3 Watt. Und jetzt rechne ich mir direkt die Wärmemenge aus im April, also 0,024 mal 30 Tage mal den solaren Wärmestrom. Komme ich jetzt im geplanten Gebäude auf 1287 Kilowattstunden und im geplanten Fall auf 1382 Kilowattstunden. Das wären die solaren Gewinne im Monat April. Also auch jetzt nichts besonders Kompliziertes. Müssen natürlich für jeden Monat so eine Tabelle machen. Also auch das schreit wieder nach Excel. Die Software, wie gesagt, macht das letzten Endes auch mit nichts anderem als einem Tabellenkalkulationsprogramm. Solare Gewinne. Nächster Schritt sind die internen Wärmegewinne. Gucken wir uns auch an. Also Solarengewinne haben wir berechnet. Jetzt kommen die internen Wärmegewinne. Der Block 6. Und der ist jetzt pauschal festgelegt. Gleich im geplanten Gebäude und genauso groß im Referenzgebäude. Und die entscheidende Größe ist da die sogenannte mittlere interne Wärmeleistung. Also wie viel Watt Wärmeleistung wird eingebracht in mein Gebäude durch Personenbeleuchtung, Geräte und so weiter. Und da sagt der Gesetzgeber auch wieder, das machen wir pauschal. Und die pauschale Wärmeleistung liegt bei 5 Watt pro Quadratmeter. Das kann man sich im Detail anschauen. Das ist ein relativ hoher Wert, wenn man sich das mal detailliert aufschlüsselt. Aber das ist die Festlegung des Gesetzgebers. Und das fließt dann hier ein, diese pauschale Wärmeleistung. Multipliziert mit 0,024. Multipliziert mit der Anzahl der Tage. Und jetzt natürlich multipliziert mit der Nutzfläche An. Die ich auch wieder berechne aus dem beheizten Volumen. Ist dann meine interne Wärmemenge QI. Mittlere monatliche internen Wärmegewinne. Referenz und geplantes Gebäude ist also QI im Monat April 0,024 mal 30 Tage mal 5 Watt pro Quadratmeter mal 270 Quadratmeter. Das ist mein AN. Und ich habe im Monat April dann einen internen Wärmegewinn von 972 Kilowattstunden. Also gar nicht so wenig an Wärme, die im Haus quasi geschenkt zur Verfügung steht. So, jetzt könnte man auch wieder sagen, naja gut, jetzt habe ich ja die internen Wärmegewinne. Ich habe die solaren Wärmegewinne. Ich kenne meine Wärmeverluste. Dann kann ich doch jetzt bitte schön einfach die Wärmegewinne von den Wärmeverlusten abziehen. Und ich weiß dann, was ich heizen muss, ob ich überhaupt heizen muss. Ja, das ist wieder so eine Sache. Das heißt, das kann ich jetzt nicht so einfach machen. Warum nicht? Weil sie nicht immer in der Lage sind, die gesamten Wärmegewinne auch tatsächlich zu nutzen, auszunutzen. Deswegen muss ich mir einen sogenannten Ausnutzungsgrad der Wärmegewinne berechnen. Wenn Sie sich mal vorstellen, wir haben jetzt relativ lange heizen müssen dieses Jahr, weil es kühl war im Mai. Aber so ein Tag wie heute zum Beispiel. Die Nacht war relativ kühl mit vielleicht unter 10 Grad. 7 Grad waren es bei uns. Das heißt, Sie müssen morgens vielleicht dann schon irgendwie theoretisch zumindest heizen, um morgens dann auch Ihre Bude warm zu haben. Mittags wird es hier aber sehr warm. Ja, 19 Grad, 20 Grad heute. Das heißt, mittags sind die solaren Wärmegewinne überschreiten jeglichen Wärmebedarf Ihres Gebäudes und die internen auch. Das heißt, Fenster auf, Türen auf. Das heißt, Sie sind in den Übergangsmonaten nicht in der Lage, die gesamten Wärmeangebote, die Wärmegewinne auch tatsächlich zu nutzen. Im tiefsten Winter natürlich schon. Also wenn Sie sich einen Dezember oder Januar anschauen, wo es tagsüber auch nicht wärmer wird als 3, 4 Grad, da bleiben die Fenster zu. Die machen sie höchstens zum Lüften auf. Das heißt, im Winter können Sie die Wärmegewinne zu 100 Prozent ausnutzen. Aber gerade in den Übergangsmonaten, März, April, Mai und wenn es dann Richtung Herbst geht, auch wieder September, Oktober, wo es tagsüber schon warm wird, da sind Sie nicht zu 100 Prozent in der Lage, die Wärmegewinne auch tatsächlich zu nutzen, auszunutzen. Und das hat man versucht, in dieses Monatsbilanzverfahren irgendwie reinzukriegen über einen sogenannten Ausnutzungsgrad. ETA M, also dieser griechische Buchstabe ETA taucht immer auf, wenn es um irgendwelche Nachweise und Ausnutzungsgrade geht. Und der wird berechnet aus einem variablen Teil wieder, das ist mein Gamma. Da fließen ein, das Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis und das ändert sich ja jeden Monat. Und einen konstanten Teil A und der besteht nur aus festgelegten Größen. Da fließt ein, die sogenannte Wärmespeicherfähigkeit meines Gebäudes. Wenn Sie ein sehr massives oder auch träges Gebäude haben, dann können Sie besser die Wärmegewinne nutzen, weil Sie erstmal die Wärme einspeichern können in Ihre Bauteile. Wenn Sie ein sehr leichtes Gebäude haben, dann können Sie etwas schlechter die Wärmegewinne nutzen. Insofern spielt da die Wärmespeicherfähigkeit eine Rolle, wie auch im sommerlichen Wärmeschutz. Und die Transmission- und Lüftungsverluste und da die spezifischen Anteile. Also wie, wenn Sie so wollen, energieundicht ist Ihr Haus, jetzt wirklich in Anführungsstrichen gesetzt. Das ist ein konstanter Teil. Den kann man einmal berechnen und der ändert sich dann monatsweise nicht. Und die Ausnutzungsgrade, die ergeben sich aus einem monatsweise veränderlichen Wert aus Gewinnen und Verlusten. Und das müssen wir jetzt einfach berechnen, einsetzen und dann monatsweise letzten Endes die Ausnutzungsgrade bestimmen. So, das machen wir jetzt hier mal. Monatlichen oder wirksame Speicherfähigkeit des Gebäudes. Und wenn man da mal in den Gesetzestext guckt, dann unterscheidet der Gesetzestext erstmal nur zwei Fälle. Leichtes Gebäude, schweres Gebäude. So ähnlich war das auch beim sommerlichen Wärmeschutz. Da gab es auch leichte, mittlere und schwere Bauart, wenn Sie sich erinnern. Und das machen Sie hier ähnlich. Also wenn Sie im Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes von einem leichten Gebäude, von einer leichten Bauart ausgehen müssten oder mussten, dann würden Sie hier auch eher ein leichtes Gebäude ansetzen. Und für eine mittelschwere und schwere Bauart aus dem sommerlichen Wärmeschutz würde man hier ein schweres Gebäude unterstellen. Und für beide Fälle gibt es einen pauschalen Wert, den Sie da entnehmen können. Das ist diese wirksame Wärmespeicherfähigkeit, die Sie dann entsprechend dieser Formeln hier berechnen. Und wir machen das einfach mal zum Vergleich, damit man sieht, wie groß ist denn der Unterschied. Das heißt, wir gucken uns einmal an ein leichtes Gebäude. Im vergleich zu einem schweren Gebäude. Schweres Gebäude. Im leichten Gebäude ist es so, dass die wirksame Speicherfähigkeit berechnet wird mit 15 mal beheiztes Volumen. Das sind 12.660 Wattstunden pro Kelvin, die ich einspeichern kann. Wattstunden pro Kelvin Temperaturdifferenz ist die Einspeicherfähigkeit sozusagen meiner gesamten Konstruktion. Und ein schweres Gebäude hat an der Stelle dann 50 mal VE und kommt dann auf 42.200 Wattstunden pro Kelvin. Also schon ein relativ großer Unterschied. Aber wir gucken uns mal an, was macht das denn am Ende letzten Endes aus. Wir rechnen da also mit zwei Werten, einem leichten Gebäude und einem schweren Gebäude. Nehme ich hier noch eine andere Farbe. Nehmen wir hier das Rot mal. So, gucken wir uns das an. Monatlicher Ausnutzungsgrad der Wärmegewinne des geplanten Gebäudes im April. Da haben wir zwei Werte. Da haben wir wieder den Variablenanteil, das kleine a. Die Formel dazu ist 1 plus. c wirkt durch den pauschalen Ansatz für die Transmissionen und Lüftungsverluste. Also rechne ich jetzt erstmal mit meinem leichten Gebäude. 12.660 dividiert durch 16 mal Summe aus Transmissionsverlusten plus Lüftungsverlusten. Und da komme ich jetzt für mein leichtes geplantes Gebäude auf 3,83. Und wir haben den Wert für Gamma für den Monat April. Das ist das Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis. Also die solaren Gewinne 1.287 plus die internen Wärmegewinne 972. Durch die Wärmeverluste Q loss 1976 habe ich ein Gewinn-zu-Verlust-Verlust-Verhältnis von 1,143. Und dann kann ich den Ausnutzungsgrad Eta für den Monat April berechnen aus 1 minus und jetzt Gamma hoch a. Also 1,143 hoch 3,83 dividiert durch 1 minus Gamma hoch a plus 1, 4,83. Und da hätte ich jetzt in dem Ansatz einen Ausnutzungsgrad von 0,736 für mein leichtes Gebäude. Das heißt im Monat April könnte ich nur 73,6% der Wärmegewinne tatsächlich nutzen. Und jetzt rechnen wir das mal aus für ein schweres Gebäude. Also tragen hier 42.200 ein. Ändert sich natürlich dieser Wert auf 10,42. Das Gamma bleibt gleich. Das heißt der Wert hier ändert sich 10,42. Und hier hätte ich 11,42. Und für mein schweres Gebäude hätte ich dann einen Ausnutzungsgrad von 0,84. Also ich kann die Wärmegewinne besser nutzen bei einem schweren Gebäude. Einfach besser in der Lage dieses, das Ding quasi abzupuffern letzten Endes. Und jetzt ist es wiederum eine Abwägungsfrage. Habe ich jetzt eher ein schweres Gebäude? Weil mein geplantes Gebäude hatte zwar massive Außenwände und eine massive Decke, aber manche innere Trennwand war eine leichte Gipskartonwand. Es ist also eine Abwägungsfrage, ob ich jetzt da wieder auf die sichere Seite gehe und ein leichtes Gebäude annehme oder auf die etwas, ich nenne es mal, mutigere Seite mit einem schweren Gebäude rechne. An der Stelle würde ich mich jetzt bei meinem Gebäude für eine schwere Bauweise entscheiden, weil es nur ein paar Innenwände im Obergeschoss sind, die wirklich aus Gipskarton waren. Ansonsten, die tragenden Innenwände sind auch wiederum gemauert. Ich habe keine Abhangdecken und so weiter. Das heißt, ich rechne tatsächlich im weiteren Verlauf dann mit einem schweren Gebäude. Kann bei Ihnen aber ein anderer Fall sein oder eine andere Entscheidung sein. Das ist mein geplantes Gebäude und jetzt brauche ich natürlich auch das Referenzgebäude. Wenn ich mich beim geplanten Gebäude für eine schwere Bauweise entscheide, naja, dann ist die natürlich genau die gleiche Bauweise auch im Referenzfall. Das heißt, ich rechne mein A aus. Das liegt natürlich anders, weil ich andere Transmissionen und Lüftungswärmeverluste habe. Das heißt, mein Wert A liegt bei 9,24 und der Wert Gamma April Referenz. Anderes Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis liegt bei 1,042, wenn Sie das einsetzen. Das heißt, mein Wert für Eta für den Monat April des Referenzgebäudes liegt natürlich auch woanders. Schwere Bauweise unterstelle ich jetzt. Und im Referenzgebäude kann ich sogar 88% der Wärmegewinne nutzen im Monat April. Ja, und das jetzt für jeden Monat. Für jeden Monat Gewinn-zu-Verlust, A bleibt konstant. Ich habe für jeden Monat einen Ausnutzungsgrad der Wärmegewinne. Und jetzt kommt das große erste Teilfinale sozusagen. Jetzt kann ich tatsächlich die Monatsbilanz berechnen. Indem ich nämlich jetzt hingehe und sage, ich gucke mir jetzt das Referenzgebäude an. Ich berechne also jetzt den Heizwärmebedarf im Monat April. Indem ich die Wärmeverluste nehme. Monat April. Und von den Wärmeverlusten ziehe ich jetzt die ausnutzungsfähigen oder nutzbaren Wärmegewinne ab. Also Ausnutzungsgrad multipliziert mit den Wärmegewinnen Q-Solar im April plus die internen Wärmegewinne im April. Und das ergibt einen Heizwärmebedarf im Monat April von 78 Kilowattstunden. Ich schreibe mal ein Plus davor. Das heißt, im Monat April muss ich nach dieser Rechnung 78 Kilowattstunden an Heizwärme aufbringen, um das Ding warm genug zu kriegen. Ich schreibe es gerade noch für das Referenzgebäude hin, Herr Morbe. Und dann kommen Sie dran. Referenzgebäude QH. April. Referenz. Genau das Gleiche. Also QLoss April Referenz minus Eta April Referenz mal QSolar April Referenz plus QIntern April Referenz. Und das sind dann im Referenzgebäude Fall 187 Kilowattstunden. Herr Morbe. Wie sieht denn aus, weil die herkömmlichen Materialien, die am Haus verbraucht werden, die haben ja meist nicht so gute Wärmespeicherkapazitäten wie natürliche Baustoffen, wie zum Beispiel Holz, Holz und so weiter. Geht man davon aus, weil zum Beispiel Sto hat eine Dichte von 90 Kilowattstunden, also Dichte von Fleischbrauch, aber hat eine Speicherkapazität von 2 Kilowattstunden. Das ist ja besser wie dann zum Beispiel ein normales Mauerwerk. Man kann das natürlich auch genau rechnen. Also man kann natürlich jetzt wirklich auch die speicherfähige Masse explizit ausrechnen Ihres Gebäudes. Und dann die Daten berücksichtigen, die Sie gerade nannten. Also es gibt auch unterschiedliche Dämmstoffe. Im Dachbereich zum Beispiel Zellulose unterscheidet sich ganz, ganz enorm von Mineralwolldämmung zum Beispiel. Man vereinfacht das. Also wir haben ein sehr grobes Rechenverfahren sowieso mit diesem Monatsbilanzverfahren. Das ist jetzt nicht furchtbar genau. Insofern macht es auch das nicht besser, wenn ich jetzt etwas genauer die Wärmespeicherfähigkeit abschätze und darüber den Ausnutzungsgrad etwas genauer bestimme. Also das Ganze ist ein relativ grobes Verfahren. Dafür geht es schnell. Also das ist quasi, sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn ich es genauer wissen will, muss ich mir Arbeit reinstecken. Dann kann ich entweder auch mit dieser 18599er Norm rechnen oder ich schmeiße eine Gebäudesimulation an, eine dynamische. Da stecken nur die physikalischen Grunddaten drin. Das ist natürlich das genaueste Verfahren. Aber ich kann es nicht von Hand nachrechnen und kontrollieren. Insofern ist das immer so ein Abwägungsprozess. Was will ich denn da untersuchen? Wie genau muss denn mein Ergebnis sein? Und bei dem Verfahren muss man eben immer im Hinterkopf behalten, das ist nicht nur das, was Sie gerade nannten, wo ich relativ grob bin, sondern auch zum Beispiel die Innenraumtemperatur. Also ich bin ja an diversen Stellen relativ grob unterwegs. Insofern ist es auch nicht schlimm, wenn ich die Speicherfähigkeit jetzt hier grob berechne und nicht genau berechne. Das heißt, für Ihren Fall mit dem Stroh würde ich natürlich auch von einem leichten Gebäude ausgehen. Man muss das nur im Hinterkopf behalten. Und das geht jetzt an alle, aber vielleicht ein bisschen auch schwerpunktmäßig Richtung Bauwirtschaftsingenieure. Wenn Sie aus diesen Angaben, die wir jetzt hier berechnen, also Heizwärmebedarf, das machen wir ja für das ganze Jahr und wollen dann vielleicht irgendwelche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen. Lohnt sich eine Solarthermieanlage? Lohnt sich eine Lüftungsanlage? Lohnt sich eine Wärmepumpe? Dann muss man natürlich berücksichtigen, dass das alles auf einer groben Berechnung des Heizwärmebedarfs beruht. Das heißt, die Wirtschaftlichkeitsberechnung kann dann auch nicht genauer sein als diese Randbedingungen, die ich jetzt hier ansetze. Da muss man dann also vorsichtig sein. Man muss immer die Genauigkeit wissen, mit der man quasi die gesamte Berechnung durchführt. Und insofern sollte man immer auch bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen eine Genauigkeitsaussage dazuschreiben. Und das wäre vielleicht in Anlehnung an eine Kostenschätzung oder Kostenberechnung, wird das irgendwo so im Bereich plus minus 30 Prozent oder vielleicht etwas genauer liegen, plus minus 15 Prozent. Vielleicht untersuchen wir da mal was zu, zum Thema Wirtschaftlichkeit von diesen Maßnahmen. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass die Außenlufttemperatur ja nicht konstant ist über mehrere Jahre. Das heißt, die schwankt ja auch noch. Also all das sind Parameter, die das Verfahren relativ grob machen, aber schnell. Das muss man im Hinterkopf behalten. So, das heißt, wir haben den Heizwärmebedarf bestimmt für den Monat April. Tja, und dann geht es an jeden Monat dran. Das heißt, hier haben wir jetzt rausbekommen, für den Monat April einen Heizwärmebedarf von 78 Kilowattstunden. Das fing dann an bei der Außenlufttemperatur, 9,2 Grad, 30 Tage. Ja, all die Sachen, die wir jetzt berechnet haben, kann man auch in so einer Tabelle zusammenfassen. Und letzten Endes, wenn ich das für jeden Monat durchführe, bekomme ich einen Jahresheizwärmebedarf raus, meines geplanten Gebäudes. Und er liegt in meinem Fall bei 11.108 Kilowattstunden. So, das kommt raus. Also die Rechnung wird nur länger, aber nicht komplizierter. Und im Referenzfall, da hatten wir im Monat April 187. 187 Kilowattstunden im April. Und auch da habe ich natürlich einen Referenzheizwärmebedarf in der Größenordnung 12.808 Kilowattstunden pro Jahr, könnte man noch hinschreiben, weil das der Jahresbedarf ist an Energie. Hier oben auch noch Kilowattstunden pro Jahr. So, das ist meine Nutzbilanz, Nutzenergiebilanz, Heizwärmebedarfsberechnung. Das ist der Heizwärmebedarf meines geplanten Gebäudes und meines Referenzgebäudes auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir gerade nochmal hoch oben in das Ablaufschema und gucken, ob wir alles abgearbeitet haben aus dem Teil hier. So, da sind wir. Was haben wir gemacht? Wir haben A berechnet, Gamma berechnet und Eta berechnet, haben dann den Heizwärmebedarf für den April berechnet und den Jahresheizwärmebedarf berechnet. Das gleiche auf der Referenzgebäudeseite und that's it. Ja, also das ist die gesamte Nutzenergiebilanz, die wir im Monatsbilanzverfahren durchführen. Mehr ist es nicht. Das dauert relativ lange natürlich, wenn man es von Hand macht. Klar, können Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt jeden Monat berechne. Man wird aber auch sehen, wenn ich nochmal nach unten gehe. Es wird sicherlich einige Monate geben, wo hier für den Heizwärmebedarf was Negatives rauskommt. Das ist immer dann der Fall, wenn die nutzbaren Wärmegewinne die Wärmeverluste überschreiten oder übersteigen. Dann kommt da was Negatives raus. Dann kann ich die aber nicht einfach mitschleppen im Jahr, weil Sie können ja schlecht die Wärmegewinne, die Sie im Juli produzieren, im Dezember nutzen wollen. Also das funktioniert ja nicht. Sondern Monate mit einem negativen Heizwärmebedarf, die werden nicht berücksichtigt. Die fallen einfach unter den Tisch, da müssen Sie nicht heizen. Wunderbar. Das heißt, wir haben natürlich gewisse Monate, wo hier eine Null stehen wird. Und insofern fängt man irgendwann Richtung, oder man arbeitet sich eigentlich vom tiefen Winter in den Herbst hoch und in den Sommer hinein, sozusagen von der Mitte ausgehend, weil man dann aufhören kann zu rechnen. So, das ist eigentlich alles, was ich berücksichtigen muss zur Berechnung des Heizwärmebedarfs. Und das war letzten Endes auch dieses Kapitel E der Energiebilanz auf Nutzenergie-Seite. Und jetzt werfen wir noch gerade einen kurzen Blick nach vorne. Das ist nun mal eine andere Darstellung. Das heißt, wir haben jetzt hier bilanziert die Nutzenergie. Das haben wir heute gemacht. Und jetzt muss ich natürlich irgendwie die Wärmemenge, diese 78 Kilowattstunden im April, muss ich ja mit irgendeiner Technik da reinkriegen. Also die entstehen ja nicht aus dem Nichts und sie werden auch kein Feuerchen machen im Raum, sondern sie müssen ja irgendeine Gebäudetechnik da einbauen. Und das ist letzten Endes dann die nächste Bilanzstufe, die wir berücksichtigen werden, indem wir die Endenergie berechnen wollen. Und dafür brauchen wir Gebäudetechnik. Sie brauchen einen Heizwärmeerzeuger, sie brauchen irgendwie einen Speicher der Wärmemenge und sie haben eine Wärmeverteilung im Gebäude. All das hat wieder Wärmeverluste, die müssen wir bilanzieren. Ist aber relativ simpel das, was wir machen. Wir gehen da mit einem Tabellen- oder Diagrammverfahren vor, um letzten Endes auf die Endenergie zu kommen. Und im letzten Schritt wollen wir dann auf die Bilanz kommen, die der Gesetzgeber haben möchte. Das ist die Primärenergie oder der Primärenergiebedarf. Das sind die nächsten Schritte.